Hallo und herzlich willkommen. Ich habe hier bei mir in der Praxis Balance ein ganz tolles neues Gerät, Mikrostromtherapie, zum Hilfe bei Schmerzen oder bei Long-Covid. Und komm einfach mal vorbei, fülle hier so eine Karte aus, wo tut es überall weh. Dann legen wir dir so verschiedene Elektronen an und dann fließen Ströme durch deinen Körper, was dir helfen kann bei Schmerzen, bei Entzündungen, zum Besser konzentrieren, damit die Lymphe schön angeregt wird oder der Blutfluss. Und wie immer in der Medizin, garantieren gibt es keine, aber es ist ein Medizingerät, der Anbieter macht regelmäßig Studien und ja, bis zu 60% Erfolg in ganz viele verschiedene Krankheitsbilder. Von dem her melde ich und ruf an, mach einen Termin und dann schauen wir, ob es dir auch hilft. Und wenn es dir hilft, dann können wir auch ein Ergotherapie-Rezept dafür, kannst du eins mit deinem Arzt beantragen und dann darüber arbeiten, dir und deinem Körper was Gutes tun und hoffentlich eine deutliche Linderung deiner Beschwerden bekommen. Ich freue mich, von dir zu hören, dein Stefan Schürr, Heilpraktiker in der Algotherapie und Algotherapeut. Bebelstraße 98 in Grästlin.